Herzlich Willkommen! In diesem Video zeigen wir Ihnen die Funktionen des Warenkorbs in der WIRT-App, unter anderem wie Sie Positionen ändern und entfernen können. Wählen Sie Warenkorb im unteren Menüband aus. Um Änderungen einer Position durchzuführen, klicken Sie auf das entsprechende Produkt. Sogleich öffnet sich eine Auswahl an Funktionen. Auf diese Weise gelangen Sie beispielsweise wieder direkt auf die Produktseite, können einen Positionstext festlegen, die Anzahl des Artikels ändern, den Kostenträger bearbeiten oder die Position löschen. Sie wollen einen Aktionscode über die WIRT-App einlösen? Kein Problem! Klicken Sie auf das Icon mit dem Rabattzeichen im oberen Menüband. Tippen Sie den Aktionscode im Eingabefeld ein und wählen Sie Aktionscode hinzufügen. Ist das Eingabefeld grün umrandet und mit einem Häkchen versehen, ist der Aktionscode gültig. Weiters können Sie mit einem Klick auf den Mülleimer alle Positionen Ihres Warenkorbs löschen, eine Bestellvorlage erstellen oder Ihren Warenkorb via E-Mail weiterleiten. Ist Ihr Warenkorb vollständig, dann wählen Sie den Button Weiter zur Bestellung. Alle Informationen zu den nachfolgenden Schritten erhalten Sie im Video Lieferadresse ändern und weiteres zur Lieferung.